Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde heute mit der Anna zu einem Reto fahren und eine Leikerin besuchen. Und wir machen Fotos und ich sehe mir Pferd an. Und ja, da will ich euch heute mitnehmen. Also, bis später! So, wir sind jetzt in dem Stall angekommen. Und jetzt, glaube ich, suchen wir es einmal. Wo es ist. Und ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich ihn stelle. Und ja, dann möcht ich mich wieder. Und ja, da waren wir. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.